So, herzlich willkommen zu einem weiteren Prophetie-Podcast auf meinem Kanal youtube.com slash störtepriest. Heute wird es sehr interessant. Heute schauen wir uns diese Marienerscheinung in La Salette nochmal an. Ich habe da schon mal ein Video drüber gedreht im Zuge von den drei Tagen im Spätherbst, denn auch das wurde da erwähnt. Und jetzt in diesem Buch, Überleben in der Wende, vom Gottfried von Werdenberg, wird da nochmal drauf eingegangen. Und darum denke ich, ist es wichtig, da nochmal ein Video drüber zu drehen. Weil möglicherweise stehen da nochmal andere Details mit drin und wir können das Ganze nochmal auffrischen. Denn diese Marienerscheinung in La Salette mit den zwei Hirtenkindern, die war doch sehr maßgeblich in der ganzen europäischen Prophetie. Bevor wir jetzt starten, zeige ich dir nochmal, wo du das erste Video darüber findest. Also du bist hier auf youtube.com slash störtepriest und da klickst du jetzt auf Playlists. Wenn du da angekommen bist, gibt es ja hier die Playlist drei finstere Tage im Spätherbst. Die klicke ich an und auf der rechten Seite finde ich alle Videos zu dem Thema. Wenn man jetzt mit der Maus über die Videos fährt, dann sieht man, was sich dahinter verbirgt. Hier zum Beispiel der Teil 7, weil wir die Anna Maria Teige, würde ich auf jeden Fall empfehlen dieses Video. Und wenn ich da weitergehe, der Teil 8, das war der Hirtenbrief von 1846 aus La Salette. Und schau dir das bitte nochmal ganz genau an. Also drei finstere Tage im Spätherbst, den Teil 8. Und das Video, was ich heute darüber drehe, das baut so gesehen darauf auf. Einiges wird sich wiederholen, aber wir schauen jetzt einfach mal, was in dem Buch Überleben in der Wende, ob sich da vielleicht noch ein paar neue Details daraus kristallisieren. Gut, wir befinden uns im Jahr 1846 und zwar am 19. September. Und auf einer Alm in La Salette, La Salette ist in der Nähe von Grenoble, da hatten zwei Hirtenkinder und zwar ein Junge und ein Mädchen. Der Junge hieß Maxim und das Mädchen Melanie, der Maxim war elf Jahre alt und die Melanie 14 Jahre alt, eine Marienerscheinung. Also sie sahen in einer Lichtkugel eine sitzende Frau, die geweint hat. Und diese Frau hat den Kindern Botschaften übermittelt und zwar von Hungersnot, Kindersterben und beides soll dann auch bald eingetroffen sein. Und diesen zwei Kindern wurde getrennt jeweils ein Geheimnis mitgeteilt. Also wir kennen das ja jetzt von den letzten Folgen mit der Marienerscheinung von Fatima, mit diesen drei Geheimnissen, die da übermittelt wurden. Schau dir unbedingt das Video dazu nochmal an. Aber auch in La Salette wurden zwei Geheimnisse mitgeteilt. Sehr interessant oder die wichtigste Botschaft war die für Melanie. Diese Botschaft wurde als große Botschaft von La Salette bekannt. Und diese große Botschaft von La Salette, die hat es in sich, denn die könnte sich auch auf unsere Zeit beziehen. Und was sich bei diesen Prophetien auch immer sehr stark ähnelt, das ist dieses Sittenverderbnis. So drück's ich jetzt mal aus in meiner Sprache, das hat er da alles Irlmaier auch gesagt. Und da heißt's immer, wenn der Mensch den Glauben verliert, wenn die Kirche nicht mehr diese Kirche ist, wofür sie eigentlich stehen soll. Also man kann sich erinnern, dass heutzutage auch so ist, dass die Kirche dazu aufgerufen hat, dass man sich impfen lassen muss oder teilweise auch die Regenbogenfahne schwenkt. Dann könnte das sein, dass die Kirche nicht mehr zu den Wurzeln steht, zu denen sie eigentlich stehen sollte. Und man könnte fast schon von einer Unterwanderung sprechen. Also so interpretiere ich das Ganze. Im Endeffekt ein Abfall von Glauben und ein Abfall von den ganzen Sitten und Bräuchen. Ordnung ist vielleicht auch ein wichtiges Wort. Also die Ordnung, das Rechtssystem, die Gerechtigkeit. Und die wird mit Füßen getreten werden. Mord, Hass, Missgunst, Lüge und Zwietracht. Ohne Liebe zum Vaterland und zur Familie. Erinnert euch das vielleicht an etwas? Also ich möchte jetzt hier nichts behaupten. Ich weiß jetzt nicht, wenn man sich die Öffentlich-Rechtlichen im Fernsehen anschaut, ob man da wirklich immer die pure Wahrheit erfährt. Oder ob man, so wie es manche bösen Zungen munkeln, angelogen wird. Auch die Geschichte mit Hass und Mord. Da würden bestimmt auch wieder einige Rechtsradikale behaupten, dass das in Deutschland vermehrt im Zuge der Flüchtlingskrise passiert. Aber ich muss mich hier distanzieren von solchen Aussagen. Und es ist auch die Frage, ob man in Deutschland sein Vaterland so lieben kann. Ich erinnere mich daran, dass jetzt dieser Björn Höcke, also AfD-Vorstand, sich vor Gericht verantworten musste, weil er gesagt hat, alles für die. Weil das angeblich im Dritten Reich schon mal irgendein Spruch war. Da war mein erster Gedanke, dass ich jetzt schon fast Angst habe, wenn ich zu jemandem guten Morgen sage. Denn Adolf Hitler damals könnte das vielleicht auch noch im Aufstehen zu seinen Untertanen gesagt haben. Nicht, dass man sich dann auch noch da irgendwie rechtfertigen muss. Und eventuell ins Gefängnis. Ich gehe da jetzt einfach etwas spitzter drauf ein, damit das nicht so trocken wird. Und dass man auch einen Bezug dazu herstellen kann. Denn das ist ein sehr maßgeblicher Punkt von diesen Marienerscheinungen. Dass es halt nicht gut ist, wenn man seine Wurzeln verrät. Und eben der Materialismus, der Atheismus, der Spiritismus und alle Arten von Laster in das Leben der Menschen einziehen. Und da kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob eine Ehe oder eine Familie heutzutage wirklich so modern ist. Und ob die Menschen heutzutage alle wirklich so schlau sind. Oder ob wir eher zehn Schritte zurückgemacht haben. Wenn man mit Jugendlichen spricht. Da hat mir zum Beispiel schon mal so eine 18-Jährige erklärt, dass ich hängen geblieben bin. Dass ich nicht mit der Zeit gehe. Denn heute ist ja alles viel moderner. Wir haben uns weiterentwickelt. Und wenn man sich ihr Leben dann angeschaut hat, war das für mein Dafürhalten eine einzige Katastrophe. Ständig wechselnde Freunde. Keiner ist bei ihr geblieben. Teilweise zwei Männer gleichzeitig. Aber dann ständig komplett niedergeschlagen. Konnte nicht arbeiten aufgrund von Depressionen. Ist noch in jeder Arbeitsstelle rausgeflogen. Hat keine Arbeitsstelle lang genug machen können. Am Ende dann an einer Tankstelle gearbeitet. Das soll jetzt nicht abwertend klingen. Aber im Endeffekt halt nie etwas Festes. Nie lang. Keine Beständigkeit. Keine Bodenständigkeit. Und hat sich dann teilweise für bestimmte Dienste sogar bezahlen lassen. Aber hat mir erklärt, wie das Leben heutzutage funktioniert. Dass das alles irgendwie Schnee von gestern ist. Eine funktionierende Familie. Wenn man dann sagt, eigentlich ist eine funktionierende Familie das stärkste, was es gibt in der Gesellschaft. Das ist ja dann rechts. Am besten noch Mädchen mit Zöpfchen. Und dann Jungs, die Sport machen. Letztendlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Viele Menschen verteidigen den ganzen Lifestyle. Obwohl es ihnen eigentlich überhaupt nicht gut geht. Und obwohl dieser Lifestyle, den sie da vorleben, ihnen eigentlich nur Unglück bringt. Aber trotzdem wird der verteidigt und wird dargestellt als Weiterentwicklung. So würde ich das interpretieren. Und so steht es komischerweise auch in diesen Marienerscheinungen und vielen Prophetien drin. Möglicherweise könnte man da aber auch von allein drauf kommen, wenn man sich einfach mal mit der römischen Dekadenz auseinandersetzt. Und mit dem römischen Reich, wie das dann am Schluss auch war. Anscheinend steckt es in uns Menschen so drin. Aber ich möchte es jetzt einfach nur hier erwähnen, damit man es besser versteht. Und jedenfalls hat diese Jungfrau Maria dann auch gesagt, es wird blutige Kriege geben, Hungersnöte, Pestseuchen und ansteckende, unheilbare Krankheiten. Was sie damit auch immer meint. In Russland werden die Menschen von einer rätselhaften Krankheit befallen. Und da wird man blind und geistesgestört dabei. Das habe ich jetzt so noch nicht gehört. Klingt auf jeden Fall nicht schön. Und diese Menschen werden dann alle in eine Irrenanstalt eingeliefert. Aber wenn das den Großteil betrifft, gut, Großteil steht hier nicht, aber wie viele Irrenanstalten bauen die dann in Russland? Aber es wird auch eine geheimnisvolle Krankheit geben, die in Frankreich wütet. Und leider, leider habe ich da keine so ganz guten Nachrichten. Also ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt. Aber ich bin auch in meinem näheren Umfeld mit sogenannten Hellsehern in Kontakt. Ob die das jetzt wirklich bis ins Letzte können, das ist immer ganz schwer rauszufinden. Ich nehme das einfach immer nur alles so auf. Ich meine, mit irgendwelchen Leuten unterhalte ich mich eh nicht. Also es sind schon Leute, die ich gewissermaßen auch geprüft habe und die schon mal so bestimmte Sachen ganz gut vorausgesagt haben. Das ist aber alles keine Garantie. Und das muss ich euch seriöserweise einfach so sagen. Und da hat einer gesagt, dass er da irgendwie in Frankreich etwas kommen sieht bei diesen Olympischen Spielen. Also da war dann irgendwie so eine Anekdote wie so ein Gulli, aus dem irgendeine Flüssigkeit rauskommt. So eine modernde, braune Flüssigkeit, die die Leute dann irgendwie ansteckt. Eine neue Pandemie. Ich wollte es euch eigentlich gar nicht sagen. Und es muss da überhaupt nichts dahinter sein. Ich sage einfach nur, dass ich so etwas gehört habe, weil ich da jetzt einfach ließ, dass auch Frankreich betreffen wird mit irgendeiner Krankheit. Und ich denke mal, da ist jetzt nicht dieses Corona gemeint. Oder doch? Ich weiß nicht genau. Aber so wie ich das jetzt hier rauslese aus La Salette, ist da wahrscheinlich nochmal was anderes gemeint. Dann eben auch, dass sich die Jahreszeiten verändern werden. Das könnte jetzt auf den Klimawandel hindeuten. Und ganz wichtig an dieser Stelle, also ich bin nicht hundertprozentig überzeugt von dem menschgemachten Klimawandel. Ich glaube, der Mensch hat vielleicht da schon einen Beitrag. Aber dass der nicht so groß ist, wie sich das manche vorstellen, dass sich das Klima wandelt oder ändert, das müsste ja jeder da draußen mitkriegen. Die Frage wird einfach nur sein, warum wandelt sich das Klima? Kann das möglicherweise etwas mit der Sonne zu tun haben oder weil es einfach wärmere und kältere Zeiten gibt? Da streiten sich ja dann bekanntlich die Geister. Was mir da wieder nicht so gefällt, dass im Mainstream nur so eine einzige Meinung akzeptiert wird. Und das dann heißt, die Wissenschaft ist sich einig, obwohl die Wissenschaft eigentlich immer gegeneinander oder miteinander streitet. Und so andere Meinungen hört man ja so gut wie nie. Das ist für mich schon wieder so ein Indiz, dass das wahrscheinlich nicht so ganz stimmen kann und dass die Klimakleber in Berlin oder Deutschland allgemein dieses Weltklima gar nicht retten kann. Auf jeden Fall gibt es auch eine Passage, die Erde wird nur schlechte Früchte hervorbringen, was da auch immer gemeint ist. Ob das in Metaphern gemeint ist oder ob irgendwie alles so verseucht sein wird, dass es erstmal keine guten Früchte gibt. Gut, schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du das interpretierst. Die Sterne werden ihre regelmäßigen Bahnen verlassen. Das könnte jetzt auch auf diese Polwände hindeuten. Also ich glaube nicht, dass ein Stern wirklich seine Bahn verlässt. Die stehen ja fix im Universum, wenn man an diese Theorie glaubt. Ich glaube eher, dass es Umwälzungen auf der Erde gibt, wie zum Beispiel diese geografische Polwände. Wenn man dann in den Himmel schaut, dann kommt es einem vielleicht so vor. Das hat ja auch dieser Hepidanus von St. Gallen so bestätigt oder niedergeschrieben. Habe ich auch ein Video gemacht, findest du auch in dieser Playlist. Und im Endeffekt steht dann auch hier im Anschluss, dass die Menschheit gegeißelt wird, weil zu viel Unrecht auf der Welt passiert ist. Und dass es große Umwälzungen gibt. Und zwar Wasser, Feuer und auch Erdbeben. Große Erschütterungen. Und das lässt sogar Berge und Städte versinken. Und dann im nächsten Absatz steht da auch drin, dass eben so Dämonen den Glauben Stück für Stück untergraben. Und auch wieder diese Unterwanderung von der Kirche, dass die Kirche nicht mehr für das steht, wofür sie eigentlich da sein soll. Und dass eben auch so höhere Priester oder Pater nicht mehr diese kirchlichen Ideale leben. Also man könnte fast sagen, die Kirche, wie sie sich entwickelt, ist wie ein fauler Apfel. Meine Interpretation. Also die Kirche ist dabei, ihren Glauben zu verlieren. So könnte man es interpretieren. Diese Marienerscheinung hat es vielleicht noch drastischer ausgedrückt, dass eben diese Priester und Bischöfe durch ihre Untreue ihren Sohn Jesus Christus aufs Neue kreuzigen würden. Und das ist vielleicht jetzt auch ganz interessant, denn wenn man jetzt schaut, wenn jetzt so jemand wie Jesus Christus, wie er in der Bibel beschrieben wird, heutzutage auf die Bildfläche treten würde, wäre das dann nicht vielleicht auch so ein Verschwörungstheoretiker? Aber mach dir da selber mal Gedanken darüber. Aber dann, sagt sie, es wird eine Zeit der Finsternis sein. Und die Kirche wird eine schreckliche Krise durchmachen. Die Erde wird zittern. Und Frankreich, Italien, Spanien und England werden im Krieg sein. Das Blut wird auf den Straßen fließen, also sehr, sehr makabere und drastische Worte. Der Franzose wird mit dem Franzosen kämpfen. Der Italiener mit dem Italiener. Also diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, wie es Alois Irlmayr auch beschrieben hat. Und im Endeffekt fehlt da noch, der Deutsche wird mit dem Deutschen kämpfen. Hat sie so jetzt nicht gesagt, aber das schlussfolgere ich natürlich daraus. Schließlich wird es einen allgemeinen Krieg geben, im Endeffekt den Dritten Weltkrieg, der entsetzlich sein wird. Und für eine Zeit lang wird der Gott weder Italiens noch Frankreichs gedenken. Weil der Gott möglicherweise so wütend ist über diesen ganzen Frevel und über diese ganzen Sünden, die die Menschen vor allem auch in Europa gemacht haben. Und die Bösen werden ihre ganze Bosheit entfalten und man wird sich gegenseitig morden und hinrichten. Also wenn man da jetzt denkt, das ist ja alles nur irgendwie Aberglaube oder Geschichte. Na, ich mag euch nur an Corona erinnern. Wenn man da zum Beispiel ohne Maske in den Supermarkt gegangen ist, wie man da beschimpft wurde oder festgehalten wurde, im Polizeigriff auf den Boden gedrückt von den anderen Menschen, von den guten Menschen außenrum, die sich dann gegenseitig auf die Schulter geklopft haben und stolz darauf waren, dass sie so ein Maskenverweigerer Ding festgemacht haben. Gut, jetzt wird der Gott in Metaphern beschrieben. Der erste Hieb seines Schwertes wird ein Blitz einschlagen. Die Berge und die Natur wird vor Entsetzen zittern. Also da heißt es ja auch bei Alois Irlmayr, dass diese dreitägige Finsternis mit einem Donnerschlag beginnen wird. Also darauf muss man achten. Neben diese Unordnung der Menschen und das Verbrechen, das wird geahndet. Und da steht dann auch, Paris wird niedergebrannt und Marseille verschlungen werden. Da heißt es ja dann auch, wenn da so eine Schlammflut kommt, also durch diese Polverschiebung, dass dann so Küstenstädte wie Marseille, das habe ich im letzten Video, glaube ich, auch aufgezeigt, wenn sich die dann an den Bergen da so abprallt, diese Schlammflut, ich glaube, der Stefan Berndt ist da drauf mal eingegangen, dass es dann so einen Rückschlag gibt und dann eben so Küstenstädte oder ungünstig gelegene Städte komplett im Meer oder im Schlamm verschlingt. Da überlebt dann keiner mehr. Zu dieser Zeit, da hört man nur noch Waffengetöse und Gotteslästerungen. Naja, das Waffengetöse, das hört man ja jetzt schon mit dem ganzen Israel- und Ukraine-Konflikt und da wird einfach die Frage sein, ob sich das dann nicht zum Flächenbrand ausweitet und ob es dann da mit dem Israel-Konflikt dann Friedensgespräche geben wird. Alles ruft Schalom und dann geht es eigentlich erst richtig los. Und dann kommt dieses ganze Szenario, dass Russland zum Beispiel den Westen überfällt und da ist nicht nur die Ukraine gemeint, sondern dass die bis nach Deutschland vordringen. Aber auf dieses ganze Szenario bin ich schon in Videos drauf eingegangen und werde ich in Zukunft nochmal auffrischen und nochmal drauf eingehen. Ganz interessant auch, die Erde wird eine Wüste werden. Das ist höchstwahrscheinlich auch in Metaphern, dass wahrscheinlich, wenn es zu diesem kosmischen Ereignis kommt, da etwas runterfällt vom Himmel und dass dann manche Gebiete wie eine Wüste werden. Das heißt ja, da irgendwo in Deutschland im Fichtelgebirge, da kommt was runter und da schaut es dann aus wie in einer Wüste und da entsteht dann ein weiteres Naturwunder, aber erst später in der Zukunft. Ja, der Erzengel Michael, das bin ich höchstwahrscheinlich, denn ich heiße ja Michael. Auch komisch, dass ich diese Videos mache. Ich weiß aber nicht, ob das was damit zu tun hat. Gut, jetzt hier in Metaphern gesprochen. Der stürzt herab und die Erde wird sich drei Tage in beständiger Umwälzung befinden. Also das müsst ihr jetzt eigentlich schon wissen von meinen anderen Videos, die dreitägige Finsternis. Und der besiegt dann dieses Tier, im Endeffekt den Teufel und stoßt ihn zurück in die Hölle. Da wird er aber nicht ewig bleiben. Das ist jetzt die Erweiterung zu La Salette. Denn einige Jahre später, wenn das dann alles vorbei ist, diese dreitägige Finsternis, ungefähr so 70 bis 100 Jahre später, dann kommt der Antichrist, aber der Nährboden wird so gesehen vorher schon gesät. Und ja, gibt es nichts auf die Kommentare. Da schreiben viele, der Antichrist wäre schon da. Der ist nicht da, laut den Prophetin. Das, was aktuell da ist, das ist so dieser postmoderne Satanismus, aber es ist noch nicht der Antichrist. Also wenn man dieser europäischen Prophetie glaubt, mit sehr vielen Quellen, kommt der Antichrist erst, wenn diese dreitägige Finsternis stattgefunden hat. Die beendet ja dann den Dritten Weltkrieg. Und dann ist erst mal Pause, 70 bis 100 Jahre. Es heißt zwei Generationen lang, ungefähr so dieser Zeitrahmen. Und in dieser Zeit erhebt sich dann dieser Antichrist. Und der wird die Menschheit dann nach diesen zwei Generationen nochmal ganz krass in den Abgrund stürzen. Aber das wird eine andere Geschichte sein und das wird uns höchstwahrscheinlich nicht mehr betreffen, weil wir bis dahin nicht mehr leben. Aber so ist es nach dieser europäischen Prophetie. Der Antichrist ist aktuell 2024 nicht auf der Bildfläche. Und der ist auch noch nicht geboren. Der kommt erst viel, viel später. Wie gesagt, das, was wir aktuell haben, postmoderner Satanismus. Auch ganz interessant, dass dann darüber gesprochen wird in dieser Botschaft von Lasalette, dass da alles neu aufblühen wird, wenn das vorbei ist. Und dass es neue Könige geben wird. Da hat auch der Irlmayr und andere gesagt, Deutschland oder Europa kommt zurück zur Monarchie. Die neuen Könige werden dann der rechte Arm von Gott sein, der heiligen Kirche. Und die Leute wieder stark, demütig, fromm, arm, eifrig. Und die werden wieder nach der Tugend von Jesus Christus leben. Höchstwahrscheinlich wird der Islam da keine große Rolle mehr in Deutschland spielen, wenn man der Prophetie glaubt. Auch dieses Evangelium wird überall gepredigt werden. Und die Menschen werden große Fortschritte im Glauben machen und auch so mit dieser Nächstenliebe. Und es steht da auch noch drin, dass der Rom den Glauben dann später wieder verlieren wird. Und das wird dann der Sitz des Antichristen werden. Aber das bezieht sich nicht auf die jetzige Zeit, sondern wie gesagt, die zwei Generationen später. Da gibt es zumindest Hinweise, dass der Antichrist dann aus Rom aufsteigt. Möglicherweise auch aus dem Vatikan. Aber das ist alles sehr, sehr schwammig. Kann man an der Stelle noch nicht genau sagen. Und wie gesagt, uns betrifft es nicht mehr. So, wir sind am Ende angelangt. Vielleicht noch am Schluss zu sagen, dieser Maxim, der starb dann 1875 in Armut. Und diese Melanie überlebte ihn als Klosterfrau in Süditalien bis 1904. Und im nächsten Video, da steht dann auch drin, da gibt es eine Fortsetzung zu dem Lasalette. Und das könnte als Lourdes bezeichnet werden. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Aber Lourdes, das muss ich dann nochmal genauer nachschauen. Das recherchiere ich für euch jetzt dann. Da gab es dann die nächste Marienerscheinung. Und das könnte er auf Lasalette aufbauen. Das sind vielleicht jetzt neue Informationen, die ihr so noch nicht kennt. Aber gebt mir etwas Zeit, dass ich das alles aufarbeiten kann und mich da reindenken. So, und jetzt würde ich mich freuen, wenn du mich für meine Arbeit unterstützt, mir ein Like dalässt, das Video weiter teilst und wenn ich dich zum nächsten Video auf dem Kanal youtube.com slash störtepriest wieder begrüßen darf. Achtung, schalt nicht aus, wenn du mich unterstützen möchtest. Und ich lade dich dazu ein, dass du auf meinen YouTube-Kanal wechselst, youtube.com slash störtepriest. Da kannst du dann klicken auf den Reiter Playlists, wenn du das möchtest. Und da gibt es jetzt eine extra Playlist, die heißt Gottfried von Werdenberg, ob uns eine gewaltige Wende bevorsteht. Die kannst du einfach anklicken. Und hier an der rechten Seite wird es dann alles sortiert sein. Da findest du alle Videos über dieses Thema. Und wenn du hier in die Videobeschreibung klickst, du scrollst etwas runter, klickst hier auf mehr. Da findest du alle Links über mich. Du kannst mich mit Merchandise-Artikeln unterstützen. Über Ko-Fi, das ist so eine Plattform, da kann man mir einen Kaffee spendieren. Patreon, Paypal, eben mein Merch-Shop, mein Amazon-Shop. Und ganz wichtig hier unten, mein Telegram-Kanal. Da werde ich die Leute immer informieren, wenn ich ein neues Video rausbringe, denn YouTube ist in letzter Zeit leider nicht mehr so zuverlässig. Vieles wird auch eingeschränkt oder ge-shadow-geband. Oder, da ich früher mal Musik gemacht habe, harte Deutschrock-Musik, kann man mich auch mit einem Song-Download unterstützen. Findest du auf Amazon Music, Spotify, iTunes. Die Links hier findest du alle in der Videobeschreibung. Wenn du auf meinen Amazon-Shop klickst, das ist der erste Link hier oben, ich klicke drauf, findest du alle Artikel, die ich vorstelle. Die wichtigsten Survival-Artikel zugefügt, findest du hier Survival-Artikel, Dreitägige Finsternis, da müsstest du alles drin finden. Meine Buchvorstellungen und andere Sachen. Wenn du darüber etwas bestellst, bekomme ich eine kleine Provision. Wenn dir das gefällt, was ich mache, würde ich mich selber eine kleine Unterstützung freuen. Auch meine weiteren Playlisten kannst du dir anschauen. Du findest hier alles über die drei finsteren Tage im Spätherbst, die ominöse Dreitägige Finsternis oder alle Alois Irlmaier-Prophetien. Klick dich einfach mal durch. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video hier wieder treffen. Das Spiel beginnt, das Böse sieht. Blutige Tränen fließen, Angst durchdringt dein Herz. Spürst du den Schmerz?